So, auf geht's Baden. An Ostern. Ne, sowas freie ich nicht. Wo Gesen sieht man heute auch, aber nicht hier. Ah, diese Kamera. Ich brauche mal eine bessere Kamera. Ah, das Wasser ist schön zurückgegangen. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. Vielen Dank. Oh, wie es langsam blüht. Ich war vor fast genau einem Jahr hier, also an dem Tag von Kurt Cobains Tod und auch der Todestag von Lane Staley, ich weiß jetzt nicht, wie man den Namen ausspricht, der Sänger von Alison James, der war ja auch heroabhängig, war auch Jahrgang 67 und ja, dasselbe Todestag wie Kurt Cobain, nur halt 2002, 5. April 2002, der Lane. Ja und an dem Tag, wo ich hier war, da war es wärmer und vor allem viel mehr Blüten und das ganze Zeug, was man so von Frühling kennt. Da war die Zeit einfach reifer als dieses Jahr. Ja, hat auch einer Feuer gemacht, das ist schon älter. Was steht man da? Ah, man hört schön die Bienen. Ja. 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 So, rein geht's. Erstmal das Oberteil weg. So, und erster Versuch rein. Oh! Ay, ay, ay. What? What?